freitagmorgen der zehnte neunte halb elf wir haben lecker gefrühstückt gespürt geduscht und jetzt machen wir uns auf und fahren wieder mit der o-bahn nach wien rein jetzt sind wir im shopping center und gehen mal eine kleinigkeit einkaufen wir sind zurück von unserer einkaufstour erste etappe an heute in dem tag waren nur ein bisschen einkaufen shopping center stadion genau und jetzt gibt es lecker mittagessen dann gibt es ein mittagsschläfchen und dann geht es wieder los in die stadt ein bisschen kultur machen wir haben jetzt 20 für sechs wir machen uns das letzte mal auf zur u-bahn wir sind ganz traurig aber wir schauen jetzt haben wir ein paar schöne sachen an beleuchtet wie in den dunkeln wir sind gespannt bis nachher jetzt sind wir am schloss da ist meine frau das hat sich aber gelohnt das springbrunnen sind leider aus richtig schön jetzt sind wir im schlossgarten die sonne geht runter wir verlassen das schloss belvedere und laufen weiter jetzt sind wir hier am stefansplatz das ist das ist das ist das ist das ist Freitagabend Wir waren nochmal in der Wiener Innenstadt, haben viel gesehen, viel erlebt, teuer gegessen und jetzt? Will ich nur noch nach Hause. Ja, jetzt gehen wir schön wieder auf unseren Campingplatz. Und morgen geht es dann weiter nach Salzburg. Genau. Ciao, ciao. Musik 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 Musik